Es ist nicht ganz der Derbysieg geworden, aber ein Punkt mit Goldkante würde ich sagen. Hallo und herzlich willkommen zum Legenden-Talk. Klaus Fischer, Rüdiger Bramtschick. Das war jetzt mal ein ganz ordentliches Ergebnis und eine ganz ordentliche Stimmung in der Hütte, wa? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hat gesehen, wie das Spiel abgelaufen ist. Zweimal im Rückstand und zweimal wiedergekommen. Das zeigt, dass die Mannschaft gefestigt ist, dass die Mannschaft unbedingt will. Mit unbedingt Willen Einsatz von der ersten bis zur letzten Minute. Ja, und dann kann man eben eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, die schon eine gewisse Klasse hat, das muss man so sehen, wehtun. Und sie haben sich den Punkt ja hochverdient, muss ich sagen. Wir hätten sogar einzeln im Vieren gehen können durch Salazar. Ja, da muss er wenigstens das Tor treffen. Ja, am Samstag war er, er war nicht so, wie wir das vorgestellt haben, wenn wir immer über ihn reden. Er war nicht, aber wichtig ist, dass wir nicht verloren haben, dass wir weiter nicht Tabellletzter sind. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ja, und so kann es weitergehen. Aber man hat gesehen, wie es geht. Ja, von der ersten bis zur letzten Minute musst du bereit sein, die ganze Truppe. Und so wenig wie möglich Fehler machen, die zu Toren führen, das sieht man immer wieder. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Abi, gegen die anderen. Die waren spielerisch echt nicht so schlecht, haben ein paar schicke Torchancen rausgespielt, aber dann stand da Ralf Fährmann oder es kam eine Grätsche von Henning Matrigiani. Der hat ja ein paar Dinger da weggehauen, da ist er auch ordentlich für gefeiert worden. Ja, der hat ganz gut gespielt, fand ich auch. Aber ich fand auch, ich sag mal so, die ganze Abwehr hat wieder gut gespielt. Fährmann hat für mich super gehalten. Alles, was er draufgekriegt hat, konnte halten oder auch musste halten, wie auch immer. Aber der hat auch gut mitgespielt wieder hinten, was mir eigentlich sonst jahrelang immer nicht so gefallen hat bei ihm. Aber da wird er einfach auch besser und ruhiger, finde ich. Und ja, der ganze Abwehr stand wieder hinten. Vielleicht hätte man bei dem ersten Tor mehr rausgehen müssen, sich breit hinstellen, dass man vielleicht angeschossen wird und nicht so zur Seite gehen. Das ist natürlich dann für einen Torwart schlecht, wenn da einer kommt, der einen guten Schuss hat. Dann kann es natürlich nicht immer halten, ist klar. Aber unsere Jungs haben gut gespielt, haben gekämpft, das muss man einfach sagen. Ich habe da keinen Ausfall gesehen. Und ja, so muss man solche Spiele und solche Mannschaften eben bekämpfen. Und wenn man das macht, dann sieht man ja auch, da kann man auch gegen Dortmund fast noch gewinnen. Also man war ja schon mehr drin als das 2-2 nachher. Und das ist natürlich klasse gewesen. Ja, als der Balanta den hier hinter uns vor der Nordkurve auf einmal im Strafraum vor den Füßen liegen hat, habe ich auch gedacht, jetzt bitte. Also ich hätte auch gerne mal gesehen, wie Klaus schon gerade sagte, Salazar das, wenn wir einzeln im Vorstand, also vorgekommen wären mit 1-0, dann hätte ich mal gesehen, wie die Dortmunder darauf reagieren. Bis dahin waren sie ja, haben wohl gut gespielt, aber haben die größten Chancen nur durch ihre Konter gemacht. Aber es ist natürlich so, da war ein bisschen, da hat sich wahrscheinlich ein bisschen erschrocken, dass Salazar das aufs Tor gelaufen ist. Klaus hat recht, müsste mindestens das Tor treffen, aber ich glaube, da war ein bisschen mehr Schiss in der Hose dabei gewesen. Aber für mich hat er im Dortmunder Spiel nicht so überzeugt wie sonst, aber es ist natürlich Borussia Dortmund. Noch mal auf Ralf Fährmann zurückkommen, ja. Für mich ist ein guter Torwart, der gut hält. Nicht in dem Gegenspiel austrippeln wie Sommer und dann verliert er den Ball. Nein, nein. Er ist in der Lage, die Bälle sauber anzunehmen, nach außen, links, rechts zu schlagen und macht auch keine großen Fehler. Das ist wichtig. Und er ist ein guter Torwart, weil das ist für mich entscheidend. Was nützt er denn, wenn er hier einen ausspielt oder zwei und schöne Bälle spielt und dann kriegt er Eier rein. Nee, das bringt ihn nichts als Torwart. Als Torwart musst du das tun, was ein Torwart können muss. Und das kann er. Und nicht von der Presse immer fertig gemacht wird, wenn mal ein Ball nicht so ankommt, wie es normal sein soll. Ralle ist voll wieder da. Comeback gelungen auf jeden Fall. Dann, haben wir schon gesagt, aufopferungsvolle Defensivarbeit. Aber ganz wichtig ja auch, wir haben zum dritten Mal hintereinander zwei Tore geschossen. Und wie die Tore gefallen sind, fällt auch in eure Kernkompetenz. Das erste über rechts und ein echt schickes Zuspiel von dem Kollegen Frey. Ja, man hat aber auch gesehen, dass Bötter natürlich richtig Gas gegeben hat über den halben Platz. Also der, habe ich erst gedacht, naja, den kriegt der nicht, weil er als Letzt da hinten stand. Also da hätten die Dortmunder ein bisschen abfangen müssen, den Ball. Aber sie haben es nicht getan. Sie haben sich mehr über denjenigen konzentriert, der über außen ist. Und Bötter kam so im Rücken rein. Und da waren sie doch alle sehr erschrocken gewesen, dass der auf einmal drin war. Normalerweise läuft man vor dem Gegner hin und probiert dann, den Ball reinzuhauen. Aber er hat lange gewartet und die Dortmunder haben hinten ein bisschen geschlafen. Das muss man einfach sagen. Ja, aber es ist ja ein probates Mittel, dieses Ding so an den Fünfer, dass der Torwart nicht drankommt, aber auch der Verteidiger nicht. Und du hinten eine Sekunde mehr Zeit hast, um ihn reinzudrücken. Und frei, muss man sagen, das Ding mit rechts, Zentimeter genau, die Flanke gegen Stuttgart, mit links. Alles jetzt okay, alles okay. Und wo reden wir drüber? Woher sind die Tore gefallen? Durch die Mitte? Kaum. Über außen? Links oder rechts? Spielt alles keine Rolle. Das haben wir ja immer gesagt. Du musst über außen kommen. Wie du über außen kommst? Das ist eine andere Frage, da kann man sich immer unterhalten. Komme ich am Dribbling vorbei, über außen gute Flanke und eine gute Flanke, das war ja zu unserer Zeit genauso, eine gute Flanke ist ein halbes Tor. Und das stimmt. Und das hat gepasst, ob der Ball jetzt flach kommt, egal, wie auch immer. Es muss ein Zuspiel sein, dass der Mitspieler die Chance hat, ein Tor zu machen. Und in letzter Zeit hat das gut funktioniert. Und das zweite eben auch, da kommt die Flanke von Bülter, der also nicht nur eins macht, sondern auch eins vorbereitet. Hoch diesmal und dann Karamann, der Kopfball, Lehrbuch, oder? Ja, aber der Ball, der tickt ja nur auf, der wird immer schneller. Der hat ihn da hingeköpft, wo er auch herkommt. Was man auch immer sagen. Das ist nun mal so, weil der Torwart, du hast ja ein bisschen auf dem falschen Fuß und da kommt er nicht mal da dran. Egal, welcher Torwart das ist. Aber wenn ich ihn da reinköpfe, wo der Torwart schon hingeht, da holt er mir den Außenwinkel. Und das ist wichtig. Du musst das wissen als Spieler, du musst das tun im Training, im Spiel. Ist einfach so. Bis jetzt konnte der Kollege Karamann ja noch nicht so viel zeigen. Jetzt so ein Ding, ist das ein Booster für ihn? Wenn er jetzt in Augsburg vielleicht die rechte Seite besetzt, kommt ja wahrscheinlich keiner zurück. Kein Kozuki, kein Skakel, alle weiter verletzt. Ich würde sowieso die Mannschaft so stehen lassen, wie sie war. Die hat doch gut gespielt. Warum sollen wir jetzt den einen oder anderen rausnehmen? Ich hätte Karamann sowieso erst mal wieder auf die Bank gesetzt und dann vielleicht ein bisschen später wieder gebracht. Aber ich fand, die Mannschaft hat sicherlich gut dagegen gehalten. Und warum soll man jetzt irgendwie was Neues machen? Also dann hast du wenigstens einen, wenn du den schon reinschmeißt hier mit Karamann, dann weißt du auch, ja gut, der hat jetzt Selbstvertrauen, vielleicht funktioniert das wieder. Aber ich bin auch nicht so, sag ich mal, dass ich meine, dass wir hier irgendwo in Augsburg einen Arsch voll kriegen. Also in Augsburg kannst du auch ganz klar gewinnen. Und in der Form, wie unsere Truppe zurzeit ist, sehe ich das ziemlich positiv. Weil man geht mit einer großen Brust nach draußen und man hat ja jetzt lange nicht verloren und viel unentschieden. Und Augsburg hat natürlich in Bayern das wieder eingekriegt. Seit der Halbzeit haben die Bayern ja nichts mehr gemacht. Deswegen konnten die nochmal zwei Tore machen. Aber ich sehe da jetzt nicht, dass wir da nicht gewinnen können. Also so stark finde ich die nicht. Das sehe ich auch so. Man darf sich nicht verstecken. Man muss mal Augsburg fahren mit breiter Brust. Das müsste man eigentlich jetzt haben. Nach den letzten sechs, sieben Spielen. Und von daher, ja, Augsburg, die haben Bayern immer gut ausgesehen. Aber die müssen schauen, es ist ein anderes Spiel gegen uns. Und wir, warum sollen wir nicht mit der gleichen Mannschaft anfangen? Wir stehen hinten super, haben ein gutes, laufstarkes Mittelfeld. Ja, und nach vorne geht's, werden wir auch dementsprechend Platz kriegen. Dann muss es natürlich schnell gehen. Ja, weil dann ist jeder Gegner schlecht formiert, wenn es schnell geht. Ja, wenn wir ein bisschen auf die bisherigen Heimleistungen von Augsburg gucken, dann fällt auf, dass die eine ausgeglichene Bilanz haben zu Hause und unter anderem gegen Hertha und gegen Bochum verloren haben. Weil sie offensichtlich mit gut stehenden, kompakten Mannschaften mehr Schwierigkeiten haben. Die haben Leverkusen geschlagen, die haben Gladbach geschlagen, die haben Frankfurt geschlagen zu Hause. Die haben jetzt die letzten vier Heimspiele nach der Winterunterbrechung alle gewonnen. Aber immer knapp, 1-0 oder 2-1. Aber für Augsburg hat es ein anderes Spiel gegen Gladbach, Leverkusen und Frankfurt als gegen die anderen Mannschaften, wo sie kommen mussten. Da haben sie Probleme gekriegt. Und das kann man mir vorstellen, dass das auch so sein wird. Du darfst nur aufpassen, dass du kein einfaches Tor reinkriegst, sagen wir mal so. Und dann deine Chance eben im Schnellumschatzspiel, dass du deine Chance suchst. Ja, die haben zwei relativ torgefährdige Leute. Dieser Berisha hat schon acht gemacht. Der Demirovic sieben, legen sich auch die Dinger immer gegenseitig auf. Ist das gut, wenn man weiß, dass die eigentlich zwei Mann haben, die treffen, und der Rest macht nur alle ein paar Jubiläare ein? Ja, die verlassen sich vielleicht auf die zwei. Und wenn wir die dann gut im Griff haben, dann stellen sie sie da. Wenn du nur zwei hast, die immer versuchen, Tore zu machen, ja, das ist dann zu wenig. Da muss schon vielleicht jeder in der Lage sein, mal ein Tor zu machen. Aber höllisch aufpassen, das ist klar. Und die nicht in Positionen bringen lassen, wo sie die Möglichkeiten haben. Ich glaube auch, dass am Samstag viel entscheiden wird im Mittelfeld. Da gehe ich mal von aus, wenn man im Mittelfeld die gut im Griff kriegt, dann sehe ich auch die eine oder andere Chance für uns, dass auch mal wieder ein Mittelfeldspieler ein Tor machen kann. Weil die rutschen auch immer so ein bisschen vorbei. Unsere Jungs, die schießen wohl mal. Aber das ist nicht alles so 100 Prozent. Aber wenn man nicht schießt, dann wisst ihr selber, dann kann man auch keine Tore machen. Deswegen glaube ich einfach, dass wir aus dem Mittelfeld noch ein bisschen mehr Druck machen müssen. Nicht, wie Klaus schon gerade sagte, über Außen kommen wir jetzt schön. Aber die müssen natürlich mit aufrücken, die Jungs, was am 16. mal zurückkommt, rausgeköpft. Oder, oder, dann müssen die da stehen und dann müssen sie auch mal losknallen. Und das ist meistens ein bisschen wenig. Die stehen dann zu weit weg und dann kommen die nicht mehr zum Schoß. Und wenn die rausgelaufen kommen, ist die Situation schon wieder vorbei. Ja, die gute alte Boxbesetzung, sagt man heute ja. Also, dass möglichst viele Leute am Strafraum sind. Sag ich nicht. Du nicht, aber in der modernen Fußballwelt, also quasi. Ich wollte keine unbedingt immer bei mir in der Box haben. Mittlerweile sage ich schon Box im Strafraum. Vor dem Strafraum musst du lauern, auf Abpraller. Da müssen sie da sein. Da gibt es auch keine großen Konter. Aber wenn du mit sieben, acht Mann im Strafraum bist und der Gegner fängt den Ball ab, dann kann es ganz schnell gehen. Das haben wir am Samstag auch gesehen. Das zweite Tor, wie schnell das Gänge über die linke Seite. Guerreiro haut ihn dann in den Giebel rein. Da musst du schauen, dass da nichts passiert. Ja, die haben den einen oder anderen nicht ganz so schlechten Pass gespielt. Kurz danach auch Beino Gittens, wenn er den reinmacht. Dann ist es natürlich vorbei. Den hat er Kanab daneben gesetzt. Und dann haben wir unsere Chance genutzt. Also, ich meine, dass die Dortmunder für mich einen Riesenfehler gemacht haben. Nach dem 2-1, wo sie geführt haben, hätte ich, wenn ich da unten gesessen hätte, hätte ich auf jeden Fall den Süle gebracht. Und Abwehrspieler oder Mittelfeldspieler hätte ich rausgekommen mit dem Süle hinten reingestellt. Wie auch immer. Ich bin jetzt kein Süle-Fan, davon ab. Aber der ist groß, der ist stabil, der ist aggressiv auch. Und den hätte ich hinten reingestellt. Und ich fand es super, dass sie das nicht gemacht haben. Also, das war taktisch absolut schlecht, was er da gemacht hat. Also, das 2-1 zu verteidigen, das hätte ich auf jeden Fall gemacht. Weil Tor hätten die sowieso keinem mehr geschossen. Ja, aber ich glaube, die waren auch ein bisschen, wenn man gesehen hat, wie so Körpersprache auch, was sie für Aktionen drin hatten. Emre Can, Bellingham, das war schon so ein bisschen so, hey, was wollt ihr? Ein bisschen arrogant, ein bisschen lässig alles und so. Und dann ist es doch wieder gekippt. Ja, der Cano, der heißt auf jeden Fall. Der neigt dazu. Bellingham, weiß ich nicht. Es sind gute Spieler, die haben eine gute Mannschaft. Oh, vielleicht kann das Spiel in Chelsea auch ein bisschen wehgetan haben. Ja, ausgeschieden und so weiter. Und ja, waren dann vielleicht ein bisschen unsicher an dem Tag. Und, aber, Dortmund ist kein Bayern. Der Kehl hat ja selbst zugegeben, das haben einige wohl zu leicht genommen dann in der zweiten Halbzeit. Weil sie dachten, in der ersten waren wir so überlegen, dann machen wir jetzt noch ein paar. Wir haben das 2-2 gemacht. Unter anderem deshalb vielleicht, weil Süle nicht zum Kopfball da in der Mitte war. So konnte der Karamann um den Riasson rum und den Rhein machen. Vielleicht mit dem zusätzlichen Süle da wäre das wirklich nicht möglich gewesen. Wer weiß, so ist es gekommen. Wir haben schön gefeiert. Die Dortmunder stellen sich hinterher hin und sagen, hey, wir feiern die denn so ein Unentschieden wie eine Meisterschaft. Also erstens kapieren die nicht natürlich, was bei uns los ist. Auf der einen Seite sagen immer alle, auch die Journalisten, der Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft, das ist das, was Schalke drin hält. Und dann wird dieser Zusammenhalt zelebriert. Und dann sagen sie, ja, die dürfen Unentschieden nicht so feiern. Aber du hast ja auch gesehen, die Dortmunder-Fans, die waren nicht bereit, die da nochmal abzuklatschen oder so. Die haben sich da hingestellt und waren richtig stinkig. Das hat man gesehen, weil die gedacht haben, Schalke hauen wir hier mal richtig weg. Und dann steht 2-2. Da habe ich ja so auch rüber geguckt. Wie sie reingekommen sind, habe ich geguckt. Und wie sie weggegangen sind auch. Also die waren schon riesig enttäuscht gewesen, dass sie hier nicht gewinnen. Ja, vor allen Dingen Vorwurf, man feiert einen Punkt, man feiert einen Unentschieden. Als die gegen Bayern das Unentschieden gemacht haben, bei sich zu Hause haben sie auch gefeiert wie ein Sieg. Also, kurzes Gedächtnis. Man muss ja die Situation, die wir haben, wenn wir an 9. oder 10. Stelle wären, hätten die, das ist ein Unentschieden. Vielleicht gegen Dortmund schon, aber auch nicht so gefeiert, weil das schon ein wichtiger Punkt sein könnte. Ja, es kommt ja darauf an, jetzt Punkte zu holen, die wir in der Hinrunde nicht geholt haben. Wir sind fünf Punkte vor im Vergleich gegen dieselben Gegner zur Hinrunde. Du musst gegen Gegner Punkte holen, wo du vielleicht gar nicht mit rechnest. Hier die Bochum und Gewinn, die verlieren gegen uns zu Hause und gewinnen in Köln. Da war ich ein bisschen echt sauer über die Kölner. Und die Bochum haben verdient gewonnen. Da kommt man doch dazu. Ja, der Kölner hat sich erst, hat erst das Ding ganz gut gehabt und dann ein blödes Tor kassiert und dann irgendwie sind sie nicht mehr reingekommen. Die haben jetzt auch, glaube ich, von den letzten sechs Spielen fünfmal nicht getroffen. Die haben so langsam einen kleinen mentalen Knacks in der Offensive. Leipzig gegen Leipzig. Jetzt am Wochenende, am Samstag, spielen alle fünf Abschießkandidaten. Und wenn wir Augsburg mit dazu nehmen, alle sechs um 15.30 Uhr. Also da geht es auf den anderen Plätzen auch richtig zur Sache. Unter anderem Hoffenheim gegen Hertha. Ja, da wünschen wir uns einen Unentschieden. Ja, und dann ist eine Länderspielpause. Der eine oder andere, der ein bisschen verletzt war, der kommt vielleicht auch zurück. Ja, aber jetzt muss ein Gewaltakt her, noch in Augsburg. Es muss einfach sein, da auch einen Punkt wegzuholen oder sogar drei. Ja, und die Chancen stehen jetzt, wenn wir in die Vergangenheit gucken, nicht so schlecht. Wir haben nur ein einziges Mal in Augsburg verloren. Die sind ja so seit 2010, haben wir gegen die Pokal mal gespielt. Knapp 1-0 gewonnen, Jefferson verfahren. Danach sind die aufgestiegen und dann haben wir da nur ein einziges Mal verloren. Die letzten Spiele waren immer unentschieden, Sieg, unentschieden, Sieg. Und das letzte war ein Unentschieden. Also, ah. Ziel verbessert, finde ich. Offenbarlich, ja. Wir drücken der Truppe die Daumen. Jo, für Augsburg wäre er vielleicht, rotiert er vielleicht nicht so, aber wir freuen uns schon drauf. Könnten gleich weitermachen, müssen wir bis Samstag warten. Unsere besten Wünsche sind mit auf dem Weg und auch an euch gute Wünsche für die Woche. Und dann hören wir uns nächsten Montag. Hoffentlich geht die Serie weiter des Ungeschlagenseins. Danke, Klaus. Danke, Herr Rüdiger. Alles klar. Ciao, Glück auf. Glück auf.